So Leute, der Proto ist hier. Herzlich Willkommen zu meinem Let's Play Metro Last Light Redux. Hier an der letzten Episode stellte sich heraus, dass Genosse Pavel eigentlich auf der anderen Seite der Linie stand und mich hier eigentlich eine totale Bedrängnis gebracht hat. Wie man sieht, Blut, also ziemlich viel Foltermaterial. Ich habe auch so das eine oder andere aufs Auge gekriegt. Er ist der Sohn vom Folterknecht und bietet mir jetzt hier in dieser Episode den Weg in die Freiheit. Was mich erwartet, wir werden sehen. Viel Spaß beim Zuschauen. So, wo geht es jetzt lang hier? Kann ich nichts mitnehmen, irgendwie? Ja, wo? Hallo? Nun, ich wünsche dir viel Glück! Ja, danke. Habe ich denn noch irgendwas dabei? Natürlich nicht. Aber man sieht sich immer mehrmals im Leben. Aber man sieht sich immer mehrmals im Leben. Ich kann die Formation dann durchsiegern lassen. Verdammte Flüchtlinge. Die Polis, die... Ich kenne einen... Ohne Brust. Ein Fatalangriff ist hoffnungslos. Aber dann, noch in den Untergrund. Die Katakombe vor. Günstig, das sieht aus. Ausrüstung aus. Da haben wir auch meinen Ballermann. Alles wieder am Start. Hervorragend. Okay. Hier. Nein. Sollte eigentlich ein Wurfmesser sein. Ja, der Überraschungsmoment lag auf jeden Fall auf meiner Seite. Ganz klar. Vermann! Vermann! Ich brauche einen Vermann! Oh! 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 Funzl aus, immer gut. Oh, ey, was? Okay. Das geht doch gleich bestimmt hier richtig ab von der Tür. Ja, keine Ahnung, ich wusste es. Ja, das sieht nicht so wirklich stabil aus hier in dem Häuschen. Günstig, ist eher mein erstes Opfer. Nein, ich bleib jetzt. Das ist ja eine Mühle-Beschichte. Echte Rappen mit Schwanz und allem. Die haben sich vermehrt wie verregt. Also, los und erledige das. Zack, zack. Jawohl. Na, wird wohl nur meine Fantasie gewesen sein. Ne, ne. Was? Wir sind auf jeden Fall schon mal drei weniger. Okay. Jetzt gibt's Krieche oder was? Oh. 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 Ich bin auf jeden Fall schon mal drei weniger. Oh. Das ist ja auch so. Oh. 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 Ich bin da! Fuuu! Ich bin da! Ich bin da! Ich bin da! Ich bin da! Tödisch ist großartig. Hier mal vorsichtshalber so ne Dröhnung nehmen. Tödisch ist großartig. Töck! 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 So, mal die Munition wegfällt. Wir beginnen jetzt mit der Überprüfung der Ausrüstung. Bedrocker, bist du bereit? So, Gasmask für eine Minute. Hier, bin bereit. Dann los uns die Liste. Oh, was? Scheiße, der Feind ist hier. Achtung, der Feind ist nah. Hier, guck, ich verziehe mich. Hier, bin ich hier erstmal in die Ecke. Ich glaube, hier brauche ich Gasmask für mich. Oder doch? Wir erleiden Verluste. Eine Verlust hat er nicht. Dafür krieg ich dich. Also, ich hab jetzt nicht ewig Zeit. Okay. Frist Blei! Scheiße. Die Verluste häufen sich! Ja, Scheiße! Halt den! Lassen wir sie bezahlen! Ja! 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 Die Verluste häufen sich mit. Nimm das! Die Verluste! Ich geh den Halle direkt an der Wand und klatschen. Ja super, jetzt hab ich keine Gasmasken mehr, super Sache. Ja, so ein Töter wäre nicht los, ne? Ja, ich bin grad dabei. Tja, da ich jetzt gestorben bin, ich weiß, was mich als nächstes erwartet. Ich würde sagen, das mache ich auf jeden Fall in der nächsten Episode. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig unterhalten und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, bleibt sauber und haltet euch senkrecht. Euer Protoss. Ciao! Ja. 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 Ja.